Herzlich willkommen liebe 1000 PS-Fans zum Test der neuen Kawasaki Ninja ZX-10R in Sepang, Malaysia. Es gibt Highlights im Leben eines 1000 PS-Redakteurs und es gibt völlig abgehobene Highlights und dieses hier ist so ein Highlight. Der Test der neuen ZX-10R in Sepang, Malaysia. Vielen dürfte diese Strecke vom letzten Jahr MotoGP-Rennen in schlechter Erinnerung sein. Aber vergessen wir das Ganze, wir sind ja auch mit Kawasaki hier. Das ist natürlich nicht das neue Serienbike, sondern das ist das Motorrad von Jonathan Ray. Ich muss ihn dann fragen, wie man seinen Namen ausspricht, denn er ist heute einfach unser Guide. Wer sonst, wenn man mit dem Motorrad auf die Rennstrecke fährt, als ein Superbike-Weltmeister könnte einem die Linie besser zeigen. Die ist nämlich besonders schwer hier in Sepang. Es sind auch echte Rennfahrer hier und die kämpfen jetzt auch schon den dritten Turn mit der richtigen Linie, mit dem richtigen Kurveneingang und Ausgang. Da gibt es aber ganz enge Ecken, die wir jetzt mit dem Serienbike mit dem ersten Gang fahren. Aber ich kann schon mal verraten, das Handling ist unglaublich. Die Front und die Steifigkeit des ganzen Motorrads hat mich nur an ein zweites Motorrad erinnert, das es bereits gibt. Und das verrate ich auch später. Ich muss jetzt vor der Sonne flüchten. Es hat nämlich jetzt wieder die vollen 40 Grad, schätze ich. Kurz hat es auf 35 abgekühlt, das war dann ganz angenehm beim Fahren. Mir brennen auch unglaublich die Augen. Entschuldigt jetzt meine Brille und die Kappe. Ihr seht wahrscheinlich mein Gesicht nicht, aber ich werde mich jetzt noch einmal in die Box vorschüssen und melde mich nachher noch einmal nach den nächsten zwei Turns mit meinen Eindrücken. Also bis später. So liebe Tausend Passfans, ich muss mich leider etwas abstützen. Nach drei Dörrens bin ich vollkommen erledigt. Also sowas habe ich noch nie erlebt und ich bin mit Nils schon bei 35 Grad ein 4,5 Stunden Langstreckenrennen gefahren, zu zweit. Und das war angenehm kühl im Vergleich zu dem, wie es hier heute ist. Hätte ich mir nicht so schlimm vorgestellt. Die ersten werfen auch wirklich schon das Handtuch, obwohl noch zwei Dörrens auf uns warten mit den Kitbikes. Trotzdem können manche nicht mehr. Gott sei Dank bin ich top in Form, top fit. Die 400 Liga Stütz pro Tag haben sich also ausgezahlt. Und deswegen werde ich noch nicht aufgeben, sondern jetzt mal die Mittagspause abwarten und dann mal einen Dörren fahren. Schauen wir mal, ob sich der letzte auch noch ausgeht. Die neue ZX-10R. Ein Wahnsinn. Kurz gesagt, die drei größten Pluspunkte für mich ist einmal die Front, die Transparenz, der Front, das Gefühl an der Front, die Steifigkeit und zu guter Letzt auch die Power. 200 PS steht wieder im Heft. Allerdings wird das jetzt schon deutlich näher kommen vom Gefühl her. Trotz Euro 4 Norm. Es wurde einiges geändert. Weltmeister ist man ja geworden 2013. Und 2015. Der aktuelle Weltmeister ist ja auch hier als Guide engagiert. Also das ist eine echte Ehre für uns. Seit 2011 gab es dieses alte Modell, jetzt alte Modell. Und beim neuen wurde der Motor, das Fahrwerk, das Chassis und die Elektronik überarbeitet bzw. überhaupt komplett neu erfunden. Beim Motor haben wir einen neuen Zylinderkopf, Iridium Zündkerzen. Weiters größere Ventile. Eine neue größere Airbox. Die hat jetzt ein Volumen von 10 Litern. Das ist plus 25 Prozent. Also echt ein deutlicher Zuwachs. Neue Kolben, neue Kurbel, Welle 20 Prozent. Weniger Trägerheitsmoment. Neuer Ölkühler, neuer erster Gang. Weniger Trägerheitsmoment im Motor allgemein. Und da haben wir noch elektronische Drosselklappen. Und da ist es noch immer nicht zu Ende. Aber mit den technischen Daten möchte ich euch nicht allzu lange langweilen. Grundsätzlich fühlt sich der Motor stärker an. Also richtig stark oben raus. Das einzige, mit dem ich Probleme hier habe auf der sehr schwierigen Strecke. In den ganz engen Kurven ist der erste Gang natürlich zu lang. Beim Serienmotorrad allerdings habe ich auch Probleme das Gas anzulegen. Und schon mit Druck schön aus der Ecke zu kommen. Also wenn ich da das Gas anlege, bin ich mir nicht ganz sicher noch, wann die Power jetzt wirklich einfährt. Und ich dann schön aus der Ecke rauskomme, bin ich noch ein bisschen zögerlich. Vielleicht ist ja auch was hängen geblieben von meinem Sturz in Almaria. Der war zwar deshalb passiert, weil ich zu schnell war, zu schräg und zu blöd. Ich habe auch ein paar Stellen hier leicht bergab runter, wo ich merke, dass ich das nicht ganz ausblenden kann. Aber gut, da fährt man dann halt ein bisschen vorsichtiger. Ist auch kein Problem. Ich werde schon wieder reinkommen. Die Sensation bei diesem Motorrad ist natürlich die Gabel zum ersten Mal im Einsatz bei so einem Serienmotorrad von Showa. Und zwar wurde die entwickelt, wirklich mit dem Kawasaki Racing Team. Und das ist eine andere Welt. Also das Ganze fühlt sich so an, als wäre das Fahrwerk gemacht. Also ich kenne das normalerweise nur von Motorrädern, die seriennah sind oder eigentlich Serie, aber wo das Fahrwerk einfach gemacht ist. Fahrwerk verbessert, was ja viele tun, die ein bisschen ambitionierter sind oder die öfter auf der Rennstrecke unterwegs sind. Und genauso fühlt sich das an. Ölinds Lenkungsdämpfer, Dämpfercharakteristik wird eben von der arbeitenden Feder nicht beeinflusst. Dadurch hat man einfach mehr Transparenz, mehr Gleichmäßigkeit. Und das Ganze soll, das kann ich noch nicht bestätigen, im Alltag bequemer sein und auf der Rennstrecke einfach transparenter und genauer. Und soll natürlich vor allem in den schnellen Kurven für mehr Stabilität sorgen. Und das kann ich bis jetzt alles bestätigen. Ich habe das natürlich noch lange nicht ausgereizt. Ausgereizt habe ich es vielleicht durch ein paar Aktionen, die etwas übermotiviert waren. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, das hält das Fahrwerk auch noch aus und es hält sicher noch viel mehr aus. Eins ist mir passiert und zwar gibt es da zwei lange Geraden, bei denen man jetzt über 250 erreicht, sage ich jetzt einmal. Ich habe zu abrupt in die Bremse gegriffen und bin dann bei 260 oder so wirklich am Vorderrad mit schönem Luftstand so ein paar Meter entlang gefahren. Das Ganze hat sich aber schön wieder gesetzt und blieb einfach wieder auf Linie. Das war unglaublich. Also fast so, dass es mich nicht geschockt hat. Aber ein bisschen Angst habe ich schon gehabt. Was ist noch verändert? Die Schwinge wurde 15,8 Millimeter länger hinten. Der Lenkkopf ist jetzt 7,5 Millimeter näher beim Fahrer. Das heißt, das Ganze ist einfach insgesamt kompakter. Das Motorrad soll 206 Kilogramm wiegen. Wie gesagt, mit Euro 4. Und mit dieser ganzen Elektronik, mit den ganzen Fahrhilfen, die drinnen sind. Und es fühlt sich deutlich leichter an, muss man sagen, durch diese Änderungen am Motor. Vor allem in den Wechselkurven. Es gibt da gleich nach der Startziel eine ganz enge rechts und dann links. Da geht es so bergab. Ich glaube, da muss man reinschneiden. Aber ganz habe ich die Linie noch nicht verstanden. Und dann gibt es eine, wo man schnell umlegen muss. Und an diesen beiden Punkten kann man das genau erkennen, wie leicht sich dieses Motorrad fährt. Und ich war ja früher ein echter 600er Fan. Aber mittlerweile sind die 600er fast obsolet. Sage ich mal ganz vorsichtig. Zumindest für mich, weil man hat jetzt das Handling einer 600er annähernd natürlich mit der Power einer 1000er. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt fast nur mehr 1000er fahren. Wir werden sehen, was mit den 600ern in Zukunft passiert. Aber das ist sensationell, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Weil man natürlich diese ganze Entwicklung, das ganze R&D in die 1000er auch gesteckt hat. Und die 600er eigentlich eher liegen gelassen hat. Ein echter Wahnsinn sind auch die Bremsen. Vorne 330er Scheiben und Brembo M50 Blöcke. Die Monoblock-Bremsen, die dann auch noch von Kawasaki natürlich eingestellt wurden. Wahnsinnige Transparenz und unglaublicher Biss. Aber nicht aggressiv. Also diesen Fehler, den ich vorher gemacht habe, das war ganz eindeutig viel zu fest reingriffen, viel zu schnell. Aber ich hatte sonst überhaupt keine Probleme. Also sie ist garantiert nicht zu scharf, aber sie ist echt optimal. Wir haben natürlich auch jede Menge Fahrhilfen auf diesem Motorrad Traktionskontrolle, habe ich schon erwähnt. ABS, das Ganze natürlich einstellbar. Kawasaki verwendet auch wie die anderen Fünf-Achsen-Gyroskop. Allerdings ein weiterentwickeltes, das den Fahrzustand ermittelt und dadurch auch wie beschleunigt bzw. gebremst wird. Es gibt drei Modi mit je drei verschiedenen Stufen zum Einstellen. Wir haben da eigentlich noch nicht herumexperimentiert. Das haben alles die Mechanik von uns erledigt. Ich habe vorher erwähnt, dass mich die neue ZX-10R an ein anderes Motorrad erinnert, was diese Steifigkeit, dieses kompakte Chassis betrifft. Und das ist die Aprilia RSV4. Allerdings schon in einer Top-Version. Gibt es ja auch in verschiedenen Ausbaustufen. Und da kann sich die Kawa, wage ich jetzt einmal zu behaupten, wirklich messen. Ich bin echt gespannt auf den Tausender-Vergleichstest, bei dem wir wieder dabei sein werden dürfen. Dann glaube ich der Nils mit meinem Kollegen Christoph Kugler. Und Kawa wird ganz vorne dabei sein. Sogar Jonathan Ray hat gemeint, das ist ein unglaubliches Top-Motorrad. Er ist in Portimao auch damit gefahren und hat Zeiten erreicht, die er selber nicht geglaubt hätte. Ich meine, gut, er ist bei Kawa angestellt und er wird nicht schlecht über das Motorrad reden, aber in dem Fall glaube ich ihm schon. Diese Superbike-Rennfahrer sind irgendwie sehr, sehr ehrlich, wenn es darum geht. Und er hatte heute auch wirklich viel Spaß, hat er gesagt. Das finde ich interessant, weil im Endeffekt fährt der das beste Material, was es gibt. Also zusammen mit der MotoGP. Und trotzdem kann er mit einem Serienmotorrad Spaß haben. Und das sagt mir und bestätigt mir, wie hochentwickelt diese Superbikes mittlerweile sind. Natürlich sind sie auch sehr teuer. Aber andererseits, so wie das jetzt fährt, da brauchte man vor ein paar Jahren noch ein paar Tausender und ist dann eigentlich auf denselben Preis gekommen, um diese Fahreigenschaften zu erreichen. Absolut faszinierend. Ich schmeiße mich jetzt nochmal in den Sattel und melde mich vielleicht sogar ein drittes Mal. Wir haben uns jetzt in den lebensrettenden Schatten verdrückt. Ich und Andi Seiler von Kawasaki Deutschland. Hallo Andi. Hallo. Grüß dich. Ihr seid einfach nur grausam. Ich musste jetzt ins Wort fallen. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Einerseits sowas Belastendes wie heute und andererseits sowas Geiles. Hier in Sepang auf der Rennstrecke. Das heißt, ihr wisst auch ganz genau, dass das ganz ein besonderes Motorrad ist und habt es auf einer ganz besonderen Rennstrecke präsentiert. Richtig. Das war die richtige Kombination, um euch eben auch ein bisschen in Aufregung zu versetzen. Ein Excitement, wie man es im Englischen treffender bezeichnet. Ich habe es immer gern, wenn ich die Strecke kenne und das Motorrad nicht. So, dann kann ich mich schon von Anfang an ein bisschen reinlassen. Aber ich fand es auch recht gut, dass die Strecke so schwer war und ich sie nicht kannte. Weil dadurch habe ich erst gemerkt, was das Motorrad kann. Nämlich, eigentlich ist sie ja wirklich einfach zu fahren, ist aber unglaublich stark. Und was ich am geilsten finde, ist einfach die Front und die Steifheit dieses ganzen Chassis. Das ist ein Riesenschritt. Und was ich noch besser finde, ist auch der amtierende Superbike-Weltmeister hier. Der ist halt einfach mal so unser Guide heute, oder? Ja, genau. Also Jonathan ist für solche Dinge da. Das ist auch vertraglich geregelt. Aber man muss sagen, Jonathan verkauft sich auch gut. Er weiß, was zu seinem Job gehört und er macht den Job richtig gut. Und deswegen ist er hier. Und ich meine, für ihn sind das ein paar zusätzliche Trainingsrunden. Und er kann sich noch mehr mit dem neuen Motorrad anfreunden, auch wenn es die Serienversion ist, wenn er dann später auf seinen Rennbike umsteigt. Ich habe aber gesehen, es hat ihm irrsinnig viel Spaß gemacht. Das nehme ich ihm jetzt mal ab, weil der Typ fährt richtig gerne. Sonst wäre er, glaube ich, auch nicht so gut. Und dass er mit so einem Serienbike so viel Spaß hat, wo er ja mit dem quasi besten Material der Welt fährt, das hat auch eine starke Aussage. Und du wirst jetzt etwas Licht ins Dunkel bringen, in dieses Dunkel, das uns jetzt umgibt, was die Modelle betrifft. Das ist offensichtlich auch noch nicht ganz klar. Wie viele verschiedene Varianten gibt es und was können die? Also, es gibt fünf verschiedene Varianten. Einmal die Basisversion in Carbon Grau. Dann gibt es die Version KRT Replica. Das ist die grün-schwarze, die ihr heute gefahren seid. Also das Motorrad, was man gemeinhin so von der Ninja ZX-Szene her schon kannte. Aber eben nochmal mehr an die KRT-Farben angelehnt. Dann gibt es die Wintertest Edition. Das ist dieses typische Schwarz, basierend auf den Wintertest der Rennteams, mit einem Winterlogo vorne und einem japanischen Schriftzeichen sogar, für Winter, was für Winter steht. Und dann haben wir von der Wintertest Edition und der KRT Replica nochmal jeweils eine Performance Edition. Und das sehen wir jetzt hier an dem Motor. Das ist die Wintertest Edition Performance, eben mit dem Agrabovic Endschalldämpfer. Das sind die eigentlichen Unterschiede. Also fünf verschiedene Versionen. Ich bin vorher gefahren, mal die Standardversion mit Straßenreifen, dann mit Slicks und dann die KIT-Version. Und die war nochmal um einiges geiler als die Serienversion. Was war da alles verändert? Wieso war das so perfekt eingestellt? Ja, das fängt an bei einem anderen Kabelbaum. Bausteine wie zum Beispiel der Quickshifter, der arbeitet bei der KIT-Version eben auch nach unten beim Runterschalten. Die IECU ist anders angedockt. Also es gibt etliche elektronische Unterschiede. Auch nochmal, die Elektronik ist noch ein bisschen anders geregelt. Es sind aber so die wesentlichen Unterschiede gewesen, weil wir haben das KIT-Bike ja aufgebaut auf dem Serienbike. Deswegen waren da auch noch Scheinwerfer dran. Das ist aber der KIT, der erhältlich ist, um später eben Stocksport oder Superbike-Rennen zu bestreiten. Und wie du schon gesagt hast, es macht einen himmelweiten Unterschied. Die Auspuffanlage ist ein wesentlicher Unterschied. Ein höherer Gasdurchsatz. Man sieht das an den etwas gerade geführenden Krümmerrohren gegenüber der Originalanlage, selbst mit Akrapovic-Entopf. Diese KIT-Anlage ist komplett von Akrapovic entwickelt. Und der Igor macht seinen Job wie immer gut. Wir haben es heute gesehen anhand der Charts, die uns Matsuda-San, der Project-Bleader gezeigt hat, bis zu 20 PS mehr on top. Und ich glaube, das habt ihr auch gemerkt. Und das war eine der Sachen, die euch ein breites Grinsen im Gesicht gezaubert hat, denke ich. Du hast es schon angesprochen, Auspuff. Der Klang war ja auch ganz irre. Beim Anbremsen, Runterschalten. So ein richtiger, tiefer, schwerer Bass. Anfangs war ich irritiert, aber dann habe ich es echt genossen. Und diese Blieberfunktion, muss ich sagen, das war auch für mich ganz wichtig. Mir tun nämlich schon dermaßen die Finger weh, jetzt auf der linken Hand vom Kuppeln. Und einfach dieses Runterklopfen. Ganz exakt, ganz einfach rauf-runter. War echt ein Genuss. Und obwohl ich, wie gesagt, noch nie mich so anstrengen musste, durch so eine Hölle gehen wie hier. Aber man sagt ja, wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Und am anderen Ende wartet dann die Zettig-Szene her, glaube ich. Genau, genau. Ja, okay. Dann vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Wir schauen uns jetzt noch die Gabel genauer an. Das ist nämlich auch so ein bisschen ein Mysterium. Wir haben einen Schofarmann hier, der das ganz genau erklären kann. Beziehungsweise unser Mechaniker, der Jannik Kaufmann, der das eben direkt ins Deutsche übersetzt. Und da wird nochmal klar, was wirklich der wesentliche Unterschied dieser Balance-Free Frontfork ist mit Ausgleichsbehälter, was der wesentliche Vorteil ist. Und ich glaube, das ist einer der Eckpfeiler der neuen Zehner, der sie um so vieles besser macht als das Vorgängermodell und auch als manches Wettbewerbsmodell. Gibt es auch zum ersten Mal im Serienbau überhaupt. Genau, genau. Okay. Das seht ihr bei einem anderen Video. Wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bin so erledigt wie niemand. Ich bin niemals zuvor, aber ebenso glücklich, obwohl das Thema Superbike mittlerweile eine Komplexität erreicht hat, die an Weltraumtechnik grenzt. Wir uns gerade die Traktionskontrolle, das Gyroskop und die Gabel erklären lassen mussten extra, um es annähernd zu verstehen. Es geht immer noch darum, was man auf der Strecke spürt. Und ich muss sagen, alles, was Kawasaki angegriffen hat, und das ist vieles, Motor, Fahrwerk, Chassis, Elektronik, das spürt man. Einen Riesenschritt vorwärts. Man wird dann im direkten Vergleichstest sehen, wie gut die neue ZX-Szene ja wirklich geworden ist. Ich glaube, sie ist ganz weit vorne dabei. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit einem Serien-Superbike so eine Transparenz gehabt habe, an der Gabel vorne, so eine Präzision, so ein Vertrauen irgendwann, also wirklich, dass man sich so herambremsen kann, um den Hinterreifen zu heben. Viele Rennfahrer können das natürlich, aber für den Normalfahrer ist das oft utopisch. Wenn, dann schaffen wir das einfach unabsichtlich und möglicherweise auch mit Sturzfolge. Heute ist alles gut gegangen, obwohl ich natürlich manchmal absichtlich und manchmal unabsichtlich versucht habe, ans Limit zu gehen. Und das Motorrad habe ich so gefühlt, so gespürt und war so im Motorrad drinnen, wie ich das selten zuvor erlebt habe und wenn, dann nur auf gemachten Rennmotorrädern. Ich habe schon gesagt, das Ganze fühlt sich im ersten Moment und dann auch in weiterer Folge so an, als wäre das Fahrwerk einfach gemacht. Extra verbessert, eben diese Spitzengabel, die es erstmal im Serienbau gibt drinnen, Öl ins Lenkungsdämpfer, das neue Federbein, gemeinsam mit dieser ganzen Elektronik wirkt das einfach, als wäre es schon ein Upgrade. Es gibt natürlich noch ein weiteres Upgrade, diesen Kit, mit dem ich dann heute auch gefahren bin. Da war das Fahrwerk auch optimiert eingestellt. Ich glaube, es war hinten ein bisschen angehoben. Es hat noch besser abgebogen. Das war noch spürbarer. Durch diese Blipper-Funktion kann man daneben auch ohne Kuppeln runterschalten. Total exakt, butterweich. Das war echt ein Traum. Da war auch nur, nur unter Anführungszeichen, dieser Kit drinnen. Der ist ja wirklich nicht sehr umfangreich und trotzdem war das noch einmal ein weiterer Riesenschritt. Und ich bin immer noch total fasziniert. Ich würde jetzt noch wirklich gerne einen Turn drehen. Jetzt hat es wahrscheinlich nicht einmal mehr 33 Grad. Also es ist richtig angenehm kühl. Und ich bin jetzt wieder irgendwie fit. Und wenn ich da vor dem Weltmeister-Bike stehe, dann packt es mich einfach wieder, auch wenn ich mich fast nicht mehr artikulieren kann und leichtes Kopfweh habe. Und darüber sehe ich hinweg, ich bin ein paar tausend Kilometer von zu Hause entfernt und würde mich jetzt wirklich für 1000 PS noch gerne weiterquälen. Aber die Sessions sind vorbei. Das sind die letzten Kamerafahrten, die hier gemacht werden. Und nach uns sind dann irgendwelche unfassbaren Bentleys und McLaren und was auch immer unterwegs. Also wir müssen das Feld räumen. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal herkomme. Ich weiß aber, dass ich die Ninja ZX-10 R 2016 wieder fahren werde. Im Frühjahr, im Sommer bei den Grip-Partys. Und dann werden wir mal schauen, wie nahe Kawasaki der Konkurrenz gekommen ist beziehungsweise wie weit sie weggefahren ist, davon gefahren ist. Das wird spannend. Kawasaki hat auf jeden Fall ein unglaublich hochentwickeltes Superbike hergestellt. Bärenstark, ultratransparent, leichtfüßig agil und dabei auch stabil. Der Techniker hat uns gesagt, das ist das Schwierigste überhaupt, die Agilität und die Stabilität zu verbinden, die beiden einfach zu optimieren, ohne irgendwas anderes negativ zu beeinflussen. In der neuen ZX-10 R ist so viel drinnen, dass es Kawasaki teilweise gar nicht an die große Glocke hängt. Beispielsweise auch Wheelie-Control und Slide-Control. Das Ganze soll auch viel besser funktionieren als bei der Konkurrenz. Man hat uns da ein paar geheime Charts gezeigt, über die ich jetzt nicht sprechen möchte, weil wir das natürlich erst vergleichen wollen, selber erleben. Allerdings hat man gemerkt, dass man eigentlich nichts merkt. Und das ist echt faszinierend. Und die Traktionskontrolle cuttet nicht einfach, die greift nicht hart ein, sondern die regelt wirklich im Grenzbereich berechnet ständig neu, angeblich stellt sie sich auch auf neue Reifen ein, auf Fahrbahnbeläge und so weiter. Ganz wollte man uns da nicht hinter den Vorhang blicken lassen. Aber wie gesagt, ich kann bestätigen, dass das unfassbar fein funktioniert. Und sogar der ein oder andere Rennfahrer, der selber ein sündteures, selbst aufgebautes Motorrad zu Hause hat, war fasziniert von diesem System. Und das war vor ein paar Jahren noch anders. Es gibt ja einige, die immer noch sagen, naja, er muss alles abschalten, um wirklich schnell zu sein. Schon langsam kommen wir dorthin, wo das nicht mehr so ist. Und zwar nicht nur in der World Superbike und der MotoGP, sondern auch im Serienbau. Und das muss man einfach genießen, einmal andächtig, weil jetzt sind wir wirklich in der Zukunft angekommen. Ich verabschiede mich jetzt, hole mir eine kalte Dusche oder lege mich einfach in die Badewanne mit Eiswürfeln. Wenn es euch gefallen hat, so wie mir, schenkt mir einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, schaut euch unsere anderen Videos an und kommentiert bitte auch wiederum dieses Video. Wir treten immer wieder gerne mit euch in Kontakt. Vielleicht sehen wir uns ja auf der einen oder anderen Motorradmesse. Vielen Dank fürs Zuschauen.